Hey. Und das mit dir und Coco hat nicht geklappt? Ja, ich kapiere auch noch nicht ganz genau warum. Christian, hast du inzwischen noch was von Gregor gehört? Jo, sie hat die SMS nicht mehr. Aber Sarah hat mich auch schon gefragt. Wie, sie ist schon wieder zu Hause? Ja, aber am besten wäre sie im Krankenhaus geblieben. Sie sah ziemlich fertig aus. Ist ja auch kein Wunder, sie macht sich total die Vorwürfe. Ja, dazu hat sie auch allen gerund. Hallo, allein wegen Jana. Und wie ist Gregor weht? Ich will's gar nicht wissen. Ich glaube, beide sind ziemlich am Ende.